Love Sick, der liebeskranke Psychiater. Dudley Moore, als der hoffnungslos verliebte Dr. Benjamin. Doch seine Liebe ist nicht ohne Probleme, sie ist eher verrückt, wie seine Patienten. Vielleicht nicht so verrückt wie Mr. Zuckerman, der intensiven Funkkontakt zu Außerirdischen hat und deshalb sein Gehirn vor Strahlen aus dem All schützen muss. Jedoch verrückt genug, um ihn gehörig auf Trab zu halten, so dass er schnell die Orientierung verliert und bald nicht mehr weiß, wo es lang geht. Er findet wieder die nötige Ruhe. Noch den richtigen Durchblick. So ist er selbst für den kleinsten Erfolg dankbar. Den größten Erfolg hat er erst am Schluss dieser turbulenten Komödie. Aber was sagen die Außerirdischen dazu?